Wie geht's Omid, Christa? Was hält dich auf? Wie geht's Omid? Wie geht's Omid? Wie kann es erwarten? Ich habe was ich für ihn gemacht. Ich habe die Wound, aber er hat eine wirkliche Infektion. Er hat eine Fieber. Without Antibiotics, ich... Wenn du dich aufhörst, hast du dich nervös. Warum bist du hier? Hey, wenn du deine Freundin wirklich kann, dann du mich mit dir als Payment, um dich zu retten. Ich denke, das ist fair genug, nicht du? Gut? Willst du die guten oder die schlechten? Ja, zuerst die guten. Ich denke, wir können alle gute Sachen nutzen. Die gute Sache ist, das Boot ist sehwertig genug. In ziemlich guter Form, meistens. Zweitens? Das ist die schlechte Sache. Der Gas-Tank ist öfter, und ihre Batterie ist tot. Wir müssen beide beitragen, bevor sie uns auf jeden Fall hat. Tja, gute Frage. Lass uns auf den Straßen suchen. Was ist mit Crawford? Es ist ein Ort, der hat alles, was wir brauchen. Vielleicht sollten wir da versuchen. Jetzt, warte mal. Wir müssen versuchen. Wir müssen versuchen. Wenn es Menschen in dieser Stadt gibt, die noch leben, die noch haben, was es tun kann, was es tun kann? Ich glaube, Sie wissen nicht diese Leute. Ich weiß. Du bist mit einem Wounded-Mann, wirst du ein Wounded-Mann machen. Vielleicht können wir eine Nuss auf den Kopf nehmen. Sie sind nicht wirklich willkommen, die Kinder mit offenemarschern. Was ist das für ein Ort, wir sprechen hier? Das Schlimmste? Aber ich weiß nicht, was andere Auswahl wir haben. Und wie ist das, wir tun? Wir machen das. Weil, von dem ich gehört habe, das Ort ist nicht ganz Freundlich für Outsiders. Wir negatieren mit ihnen, wie sie zivilisiert sind. Wir müssen haben etwas, die sie interessieren, in der Hand zu nehmen. Negatieren? Mit Crawford? Once wieder, ich muss Ihnen sagen, Sie haben keine Ahnung, was diese Leute sind. Sie nehmen was sie wollen, und dann entscheiden, ob sie nicht zu lassen, dass sie leben. So, was? Keine Ahnung haben keine Ahnung? Zufällig? Doch. Ich denke, ich könnte uns durch, damit wir unter den Perimeter und direkt in den Zentrum, wo sie ihre Züger halten können. Wir kommen direkt nach ihnen, nehmen sie auf der Züger, nehmen sie, nehmen sie, nehmen sie, nehmen sie, nehmen sie, und gehen sie, bevor sie sie ihnen nicht mehr holen. nehmen sie, nehmen sie auf sie, und gehen sie, bevor sie 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 wissen. Okay. Das ist nicht schlecht. Das ist besser. Ich habe schon gedacht, vorhin habe ich es, aber ich habe noch nie die Leute zu tun, aber ich denke, wenn wir alle zusammenarbeiten, wir können sie wegziehen. Und was wollen Sie in der Rückkehr für all diese Hilfe, Sie haben uns? Crawford nicht nur haben, was Sie brauchen für Ihr Boot. Sie sind auch sehr gut mit Medikationen. Medikation, die meine Leute nutzen können, wie Sie können. Wir können das tun. Wir müssen das tun. Wir müssen. Tja. Tja. Ben! Ich weiß nicht über dich, aber ich würde lieber eine Chance machen, etwas zu tun, als zu sitzen und warten, zu sterben. Das Boot hier ist eine beantwortungsvolle Bedeutung. Du musst nur ein bisschen weiter stecken. Bist du in oder aus? Was? Der ist dabei, weil er alleine überhaupt nicht klarkommt. Du sollst in der Nacht, unter Koffer der Nacht. Ich werde meine Leute wissen, ich gebe euch alle eine Chance, zu vorbereiten. Ich werde zurück, vor der Nacht. Sei vorsichtig. Das ist so, ich bin noch immer wieder. Ich habe dir gesagt, in deinem Raum bleiben. Wie lange hast du da gewesen? Es wird gefährlich sein? Es wird gefährlich sein. Ach, Clementine, das schaffen wir schon. Ich weiß es nicht. Nee, das möchte ich auch nicht. Niemand wird sterben. Ich auch nicht. Warum wechselt das wieder? Ja. Ja. Och, Clementine, bitte. Es wäre... Ey, das fackt mich hier gerade so ab. Ähm, toll. Oh, jetzt hat er nichts... Kann ich mitkommen? Doch, du kannst mitkommen, wenn ich hier mal endlich eine Antwort auswählen kann. Ja, kannst mit. Okay. Okay, wahrscheinlich war das jetzt total blöd, sie mitzunehmen. Okay. 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 Hacksaw, ein paar andere Tools. Might come in handy on this little break in. Nice. Can I talk to you a minute? Oh. What's up? I took another look at the boat. She's a 30 footer. So? So, we're gonna have a capacity problem. Boat that size ain't gonna hold more than five people. Even with one of them a kid. Me? You? Clem? Krista? Omi? Ben? Molly? Assuming everyone makes it back alive, that's still one too many. Even if we cut Molly loose. Before this is over, we're gonna have to make a decision. You're not serious. Look, I'm just saying, if we want the best chance of... Ach, jetzt hat er auch noch seine Frau mitgebracht. Who the hell is this? This is Bree. She can help us. Der alte Käse. Wie bitte? Umso mehr... Oh Gott, Leute! Help us how? I was a student at the school where Crawford keeps their supplies. I know the layout. With her help, we're in and out faster. Anyone have a problem with that? I guess not. Then what are we waiting for? Let's get moving. Hold up just a sec. You ready? Ready. Whoa, hold on a minute. You're not taking her with us. Did you not hear anything I said about the kind of place Crawford is? If you take her in there and they find her... This little girl is not just excess baggage. She's gotten us out of a tight spot more than once. She's coming. Deal with it. You heard the man. Let's move out. Genau. Wenn wir nämlich wieder... Was sagt er denn? Wenn wir nämlich wieder durch einen kleinen Schacht müssen... Dann ist Clementine eine sehr gute Hilfe. Aber jetzt ist der Omid komplett alleine, ne? Hmm. I think we're not. We're aiming for a long time. We're right underneath the center of Crawford. The old school should be directly above us. Na, das kann ja was werden Das stimmt Oh, ich hoffe sehr Dass wir hier erstmal ein bisschen Ruhe haben Okay, schön anschleichen, aber der wird den jetzt nicht umbringen, oder? Oder ist das einer von den Zombies? Oh shit, hier sind noch mehr What the fuck is a walker doing inside of here? Get inside, fast! Fuck, fuck! Do you think they saw us? Ich glaube nicht, äh, keine Ahnung Oh, Clementine Oh nein, das tut mir leid Was ist daran gut? Was? Was? How the fuck is this good? Before, everyone at Crawford was smart and they had guns Now they're dumb and they don't Hey, trying to look on the bright side here Hm I agree So long as we don't let them box us in, we can still do this The plan hasn't changed The plan hasn't changed? Every time walkers show up, the plan changes Do you even have any idea, how many of them are out there? No You wanna do a head count? Or do you wanna get what we need and get the hell out of here? Come on I think I know which way to head I got a bad feeling about this Tja, Ben, ich hatte die ganze Zeit ein schlechtes Gefühl wegen dir Also bitte Das hört sich nicht gut an Just keep moving Ist nicht ganz irgendwie Its quasi Sophia Weil ich mich nicht schön Ich vecke mich Hier Hallo Es bleibt überhaupt nichts Everybody in. Figures. Looks like they were using this room as some kind of command center. Okay, so now what? Where do we start looking? Here. Just give me a sec. Ich hab grad irgendwie ein komisches Gefühl bei ihr. Okay, und ne Batterie? Yeah. Any idea where we could find a battery? Maybe at the auto shop. There used to be one in the alley outside the fire escape. Yep, it's called Hermann's. You can't miss it. What about the medicine? Right here. Nurse's station. They were using it as a medical facility. How do you know that? Just makes sense, doesn't it? Uh-oh. Okay. I'll make the run to the maintenance shed for the fuel. It'll be faster if I go with you. I can take you right to it. I'll come too. No, two people's enough. You stay here. See if you can use any of those tools we brought to get that armory door open. You might need to shoot our way out of here. I'll go for the medicine. I'll come with you. I know what to take. Okay, I guess that leaves me to go find us a battery. I'll go with you. Watch your back. Okay, we've got a plan. Everyone be careful. Stay close to one another. We'll all meet back here. Good luck. Okay, mit Molly zusammen ist mir das auch lieber. Wie? Ich dachte, wir gehen mit ihr. Oder habe ich das jetzt... Oder geht sie mit Kenny? Okay. What about me? What can I do? Tja... Ich weiß nicht, ob das... You're leaving me with Ben? Ja. I'm not leaving you with Ben. I'm leaving him with me. Understand? Oh, okay. Back before you know it. Wenn da wieder irgendwas passiert und er sie nochmal alleine lässt, dann reicht's aber wirklich. Ich glaube, ich spreche auch vorher nochmal mit ihm. Vielleicht gibt's irgendwie die Möglichkeit, ihm Druck zu machen, dass er Clementine auf gar keinen Fall alleine lässt. Hey, you need any help with that? Thanks. I got it. Just once. I'd like to do something useful, you know? Ja, das wäre sehr schön. Ja. Also, nö. Ich geb dem jetzt auch echt... Was? Ach. 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 Tja, dann wird er doch nur wieder aggro. Bist du bescheuert? Ja, solltest du. Alter! Ben, hörst du. Kenny sieht, dass er seine Scheiße wieder zusammen hat, weil er jetzt einen Grund hat. Aber er ist noch in einem wirklich schlechten Ort. Du sagst ihm jetzt, er wird es verlieren. Und dann sind wir alle verabschiedet. Es kommt ein Zeitpunkt, wenn er es bereit ist, zu hören. Aber es ist nicht jetzt. Nicht noch. Ich höre dich. Ich werde wieder zurückkommen. Und wahrscheinlich wird er es ihm aber direkt bei der nächsten Gelegenheit erzählen, was noch gar nicht der richtige Moment ist. Wie gesagt, teilweise kann ich sein Verhalten oder das Verhalten, was er an den Tag gelegt hat, verstehen. Beim ersten Mal, okay, aber irgendwann reicht es auch mal. Ich habe ehrlich gesagt keinen Bock mehr auf den. Der ist zwar selber nur ein Kind, aber trotzdem. Also irgendwann reicht es auch. Der kann sich freuen, dass er überhaupt noch hier zur Gruppe gehören darf und dass wir immer noch für ihn sorgen. Das regt mich wirklich auf. Es sieht aus, dass sie hier ziemlich ein System hatten. Crawford's finalen Lösung. Unterstütze? Äh, äh, was passiert dann? Achso. Okay. Clementine. Ach man, ich vermisse das Lehrer sein. Wirklich, ich auch. Ach, Clementine. Ich würde dir gerne die Hoffnung geben. Was hat Katja denn gesagt? Ich weiß nicht, Sweet Pea. Aber wir müssen alle glauben, dass sie das werden. Erinnerst du, was Katja auf der Farm gesagt hat? Sie sagte, wir werden alle bald wieder zurückkommen. Und jetzt ist sie tot. Aber wir sind nicht. Wir sind noch nicht. Wir sind noch nicht. Und wir müssen auch Hoffnung halten. Das ist die einzige Sache, die nichts davon davon ausnehmen können. Das stimmt allerdings. Da hat er recht. So, haben wir hier sonst noch irgendwas, was von Interesse sein könnte? Ein Himmel-und-Hölle-Teppich. Okay, dann würde ich sagen, gucken wir uns das nochmal eben an. Okay, und ich habe schon wieder vergessen, wo wir eigentlich hinwollten. Okay, ich denke, wir werden den Weg schon irgendwie finden. Jetzt ist er doch ganz alleine. Dann habe ich das mit Molly wirklich falsch verstanden. Aber warum muss er denn alleine gehen? Das finde ich gar nicht gut. Ach, da ist Molly, okay. Ja, ich komme. Also geht sie doch mit. Moment, Patronenhülsen. Okay, Kinder unter 14. Alles klar. Gut. Wo ist sie denn jetzt schon wieder hingegangen? Ach, ich glaube da. Haben wir hier noch irgendwas? Aber er hat ja eigentlich eine Pistole dabei. Warum geht die auch schon vor? Warum macht sie sowas? Ich hoffe wirklich, dass sie hier irgendwo ist. Oh Gott, das war Molly. Das war doch Molly. Das war keiner von den Streunern. Wobei ich den Begriff Streuner eigentlich blöd finde. Das war doch Molly. Wo ist sie hingegangen? Wo ist sie hingegangen? Ich habe gerade echt ein ungutes Gefühl. Hier ist doch irgendwas. Hilfe! Was ist das? Ein Loch? Schafft er das alleine? Schafft er das alleine? Ja, okay. Was ist das? Ein Loch? Boah, hoffentlich kommen wir hier auch irgendwie wieder zurück. Und ich finde das gerade gar nicht gut, dass die Molly nicht da ist. Das war... Das war ja zu erwarten. Okay. Was haben wir denn hier sonst noch? Für Möglichkeiten? Ah! Wie? Was? Äh... Was geht denn mit ihr? Was glaubst du, was du machst? Es ist dead already. Ich denke, du kannst weg. Ich denke, du kannst weg. Don't erzähl mir was zu tun. Du kannst die Geeks in deinem Weg. Ich will ihn mine. Du kannst weg. Du kannst weg. Du kannst weg. Du kannst weg. Ja. Du kannst weg. Du kannst weg. Du kannst weg. liquido사를 auf. Plan auf. Sie soll die doch einfach aufhalten! K vent! Irgendwie. Schnella